So, jetzt müssen wir die Fracht bergen. Der Evakuierungs-Trupp ist da, ihr kommt zu eurer Position! Ich verschaffe dir Zeit, schnapp dir die Fracht! Spring, Mitchell! Ey, spring mich mal, ich bin doch wirklich... Dann noch einfach Doppelsprung! Der Evakuierungs-Trupp ist da! So, werft doch den Mist jetzt! Mitnehmen und... Spring, Mitchell! Die Fracht ist gesichert! Wir haben einen Gast aufgesammelt! Bring ihn zur Nachgesprächung! Komme, Ende! Ich... Nö, weiter... Das ist Manticore! Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt! Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot! Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spure ist tödlich! Schutzanzüge sind nutzlos! Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung! Aber wir haben hier diese Probe von ihm, also könnte er es auch schon industriell produzieren! Wenn ja, brauchen wir die Infos! Wann und wie? Nur so können wir Ions aufhalten! Das Problem ist, Atlas hat Dutzende Standorte für Massenproduktion! Bis wir den richtigen finden... Gideon, kennt den Startort! Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission! Wir haben keine Wahl! Das ist meine alte Holzfabrik in Bulgarien! Wir schließen dann am Treffpunkt mit Kormick und seinen Leuten auf! Drei Minuten bis zum Ziel! Du hattest Recht wegen Ions! Ich muss es wohl akzeptieren! Besser jetzt als Schnee! Wenn du nicht fährst, würden wir noch im Dunkeln tappen! Wie in alten Zeiten, noch? Wie in alten Zeiten, noch? Biolambor! Da sind sie! Beeilung! Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Da sind sie! Beeilung! Los! 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 Exo fährt noch hoch. Da kreist ein Heli. Komm schon. Hier rauf. Hier rauf. Bewegung. Warte. Komm schon. Na komm. Exo bereit. Tarnung. Ich bin nicht getarnt. Der Heli zieht ab. Wir können los. Wie sie auf meine Signatur synchronisieren. Seien Feind nähe langsam. Ja. Sie dürfen dich nicht hören. Sie können mich auch hören. Nein. Scheiße. Wenn man unsichtbar ist, man darf nicht gehört, wenn man muss geräuschlos da durchgehen. Der Heli zieht ab. Wir können los. Wie sie auf meine Signatur synchronisieren. Seien Feind nähe langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne. Nicht bewegen. Kein Mux, sonst hört sie dich. Geiße. War gerade ein Hirsch. War gerade ein Hirsch. Bewegung leert sie. Patrouille nähert sich. Übernimm den vorne. Jetzt langsam. Aus. Komm her. Komm her. Zack. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin. Hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht. Benötigen sofortige Evakuierung. Negativ Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. So mein Freund. Komm her. Komm her. Komm her. Nee. Nee war nicht. Lass ihn mal vorbeiziehen. Moment. Lade auf. Moment. Lade auf. Erledigen wir sie schnell! Übernimm den Passagier! Aufladen! Bewegung! Ich hätte gerne so eine Fähigkeit, dass man unsichtbar wäre. So geil! Dann könnte man hinter jemanden einfach irgendeinen Mist machen. Und derjenige würde es gar nicht bemerken. Konvoi voraus! Moment! Tarnung aufladen! Ich mach noch 15 Minuten und dann machen wir das mal. Weiter! Wir sind fast da! Suche! Dagegen ist Tarnung nutzlos! Weicht dem Strahl aus! Warte bis die Patrouille durch ist! Auf den Strahl achten! Okay! Los! Wir sind durch! Weiter! So! Dann ist er schon da! Das war's! Cormac, wir kommen! Verstanden! Alles klar? Müssen evakuiert werden! Wir mussten einige töten! Wenn sie die Leichen entdecken, ist die Hölle los! Die Mission läuft noch! Ausrüsten! Die Mission lief von Anfang an schief! Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben! Ich sehe überhaupt nichts! Nox! Zeig's ihnen! Übertrage mein Signal! Chemische Signatur, Boss! Gehe der Menge! Sie haben was zu verbergen! Die Initiative ist verloren, versuchen wir es ein andermal! Es gibt kein andermal! Wenn das schief läuft, liegt es an dir, mein Freund! Es liegt immer an dir! Abseiden! Zeh, er Bastard! Das muss man ihm lassen! Ziehen wir's durch! Holografische Bäume! Zielgebäude voraus! Zwei Wachen bei der Kamera! Mitchell, Ziel wählen! Sicher! Hier brechen wir durch! Mitchell, bring uns rein! Und drin nenne ich! Zwei im Gang! Ausschalten! Sicher! Kingpin! Wir haben das Zielgebäude infiltriert! Und dringend zum Serverraum vor! Verstanden! Empfangen starken ISR-Feed! An den Plan halten! Verstanden! Über die Treppe! Ich gebe Deckung! Das ist es! Mitchell, geh vor! Schon gut! Oh Gott! Sicher! An die Konsole! Ok, Jungs! Durchsuchen! Laufwerke, Daten, alles Interessante! Ihr kennt das ja! Kingpin, starte jetzt die Analyse! Ablink voll! Bereit zum Empfang des Pakets! Bereit zum Empfang des Pakets! Nicht das, Papa, die beiden da drüben! Bingo, wir haben das Paket. Übertragung. Ablink bestätigt. Okay, abfackeln. Termin. Ja, hier läuft näher als nur Biowaffen. Ja, damit kriegen wir eins. Alles klar? Ja. Paket empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundär-Zieh. Verstanden. Achtung, zwei, drei. Zu mir. Sie haben eben ein Sensornetz aktiviert. Unsere Tarnung ist nutzlos. Okay, Tarnung ist keine Option mehr. Auf Sensoren achten. Sie stören unsere Exos. Los. Der Sensor da. Zack. Der Sensor ist aus. Sie ist ausgeschaltet. Optik. Kopf zu schalten. Links oder rechts markieren. Sie saufen auf dich festnageln. Sensor erledigt. Kontakt. Nosfter. Das war's für heute. Das war's für heute. Was für ein heftiger Widerstand. Was für ein heftiger Widerstand. Im Himmel. Landezone drei Kilometer südöstlich. Ein T-740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Sind unterwegs. Wird ihr immer besser.